Ausgangspunkt ist dieses Bild eines Schildes, das am Bahnhofsvorplatz von Limburg steht. Dieser Bereich wird zur Verhütung von Straftaten durch die Polizei Video überwacht. Es bebildert aktuell den Wikipedia-Eintrag zur Mehrdeutigkeit. Allerdings ist es auch ein gutes Beispiel, um etwas anderes zu erklären, das Attribut. Attribut? Fast jeder hat den Begriff schon einmal gehört. Viele wissen aber nicht genau, was das ist. Der häufigste Fehler ist wohl, dass das Attribut für eine Wortart gehalten wird. Es handelt sich allerdings um einen syntaktischen Begriff. Von den vielen Definitionen schauen wir uns mal eine an. Attribute sind syntaktisch nicht notwendige Anreicherungen eines Satzgliedes. Es handelt sich hierbei also um Beifügungen bzw. Gliedteile. Sie ermöglichen es, das im Gliedkern genannte zu charakterisieren und genauer zu bestimmen. Tja, damit kann man aber nur etwas anfangen, wenn man weiß, was überhaupt ein Satzglied ist. Wir brauchen also noch eine weitere Definition. Ein Satzglied ist eine Einheit des Satzes, die allein die Position vor dem finiten Verb besetzen kann. Ein einfaches Beispiel. Peter liest heute ein Buch. Um die Satzglieder zu ermitteln, kann man nun den Spitzenstellungstest durchführen. Das zu untersuchende Satzglied wird also vor das finite Verb liest gestellt. Wenn der Satz noch grammatisch ist, handelt es sich um ein Satzglied. Peter steht in diesem Satz schon an erster Stelle. Hier haben wir also schon mal ein Satzglied. Auch heute kann problemlos nach vorne gestellt werden. Heute liest Peter ein Buch. Mit ein funktioniert das aber nicht. Ein liest Peter heute Buch ist Quatsch. Auch Buch alleine nach vorne zu stellen ergibt keinen Sinn. Buch liest Peter heute ein. Wenn wir ein Buch aber zusammen nach vorne stellen, haben wir wieder einen sinnvollen Satz. Ein Buch liest Peter heute. Wir haben also drei Satzglieder ermittelt. Peter, heute und ein Buch. Naja, das war jetzt eigentlich schon von vornherein klar. Aber meistens haben wir es eben mit komplexeren Sätzen zu tun. Und das haben wir vor allem den Attributen zu verdanken. Denn mit ihnen können wir Satzglieder erweitern und somit spezifizieren. Typisch ist vor allem das Adjektivattribut, das im Deutschen vorangestellt wird. Peter liest heute ein spannendes Buch. Auch häufig sind Genitivattribute. Peter liest heute ein Buch seines Lieblingsautors. Dass seines Lieblingsautors kein eigenes Satzglied sein kann, sieht man an dem negativen Spitzenstellungstest. Seines Lieblingsautors liest Peter heute ein Buch ist ungrammatisch. Wir müssen stattdessen alles nach vorne stellen. Ein Buch seines Lieblingsautors liest Peter heute. Im Satz Peter liest heute ein Buch von Kafka liegt ein Präpositionalattribut vor, weil hier die Präposition von einleitend ist. Auch ganze Nebensätze können als Attribute fungieren. So etwa hier der Relativsatz, das von Kafka geschrieben wurde. Und auch innerhalb eines Attributs kann sich noch ein weiteres Attribut verstecken. Beispielsweise eine Apposition, ein nachgestellter Zusatz. Peter liest heute ein Buch, das von Kafka, seinem Lieblingsautor, geschrieben wurde. Innerhalb des Relativsatzes ist seinem Lieblingsautor eine Apposition zur Kafka. Dies sind nicht alle, aber die wichtigsten Typen von Attributen. Aber nun wieder zurück zum Schild. Wenn wir hier den Spitzenstellungstest durchführen, löst sich die Doppeldeutigkeit auf. Wir können zur Verhütung von Straftaten alleinig vor Wirt stellen. Hier haben wir also zwei getrennte Satzglieder. Dies ist die erwünschte Bedeutung. Dumm nur, dass die beiden Satzglieder auf dem Schild direkt hintereinander im Mittelfeld des Satzes stehen, sodass man sie auch als ein Satzglied fehlinterpretieren kann. Denn der Spitzenstellungstest funktioniert auch dann, wenn man zur Verhütung von Straftaten durch die Polizei gemeinsam nach vorne stellt. Hier ist also durch die Polizei ein präpositionales Attribut zu Straftaten, die hoffentlich nicht erwünschte Bedeutung. Hier noch ein paar weitere Beispiele für solche Doppeldeutigkeiten. Er kann kaum hinsehen, als die Frau von der Hauptfigur ermordet wird. Auch hier wieder ein Passivsatz. Als zwei Satzglieder aufgefasst ist hier die Hauptfigur der Mörder. Wenn es sich um ein Satzglied handelt, verliert die Hauptfigur ihre Frau. Peter sieht den Mann mit dem Fernglas. Hier stellt sich die Frage, wer hat das Fernglas, Peter oder der Mann? Auch hier kann man rein in geschriebener Form keine Entscheidung treffen. Und zuletzt noch dieses Beispiel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Spendensammler in Clownskostümen. Hier ist natürlich die Frage, wer trägt eigentlich die Clownskostüme? Mit Attributen können wir wichtige zusätzliche Infos geben. Präpositionale Attribute können unter Umständen aber für Verwirrung sorgen. Präpositionale Attribute Präpositionale Attribute